Alexa schaltet das Licht ein. Hey Siri, welche Termine habe ich heute? Okay Google, wie wird das Wetter morgen? Smartes Wohnen und intelligente Technik sind in unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Die Technik unterstützt uns überall in allen Aspekten unseres Lebens. Doch hilft die Technologie wirklich mehr als sie uns schadet? Ist es nicht eher so, dass uns die Industrie vorzugaukeln versucht? Dinge wie smarte Haushaltsgeräte und intelligente Sprachsteuerungen würden unser Leben vereinfachen. Aber ist es nicht eher so, dass wir mit diesem Drang nach neuwertiger und innovativer Technik uns noch mehr abhängig machen, anstatt unabhängig zu werden? Was passiert überhaupt mit den Daten, mit denen wir unsere modernen Gerätschaften füttern, um richtig arbeiten zu können? Werden unsere Daten wirklich so sensibel behandelt, wie sie es verdient hätten und wie es überhaupt behauptet wird?